Sie haben eine Lösung für ein technisches Problem entwickelt, ein einzigartiges Logo entworfen oder einen tollen Gegenstand designt? Dann können Sie Ihr geistiges Eigentum auch rechtlich schützen lassen. Ihre Idee kann durch ein Patent, eine Marke oder ein Muster geschützt werden. Als Schutzgebiet wählen Sie zwischen Österreich, Europa oder internationalen Ländern aus. Bei einem Patent handelt es sich meist um technische Erfindungen und Entwicklungen. Diese müssen neu und dürfen bis zur Anmeldung nicht öffentlich bekannt sein. Marken können auf viele Arten geschützt werden. Wort- und Bildmarken sind hier die häufigsten Formen. Ein Design oder Geschmacksmuster schützt die äußere Form eines gewerblichen Erzeugnisses. Darunter fallen zum Beispiel Möbel oder Schmuck. Vor der Anmeldung sollten Sie unbedingt eine Recherche durchführen, um nicht ältere Schutzrechte Dritter zu verletzen. Das kann nämlich teuer werden. Schutzrechte sind ein komplexes Thema. Die Wirtschaftskammer bietet dazu regelmäßig Schulungen und Seminare an. Wir beraten Sie auch gerne jederzeit persönlich.